Special Olympics ist für mich ein zweites Leben geworden, als Volontier dafür zu sein. Also ich bin bei den Special Olympics das erste Mal als Volontier dabei. Es macht jetzt wirklich Spaß. Ich habe ganz ganz viele neue tolle Leute schon kennengelernt. Also du lernst hier wirklich Leute, Athleten, Volontierst aus aller Welt kennen. Du hörst ja ultra viele Geschichten, du redest super viel mit Menschen, trainierst ein bisschen in der Englischkenntnisse. Ich habe heute die Aufgabe hier die Medaillen fertig zu machen, um sie gleich auszuteilen an die verschiedenen Mannschaften. Die Energie in der Athleten bringt, es ist die Herz von uns, alle Volontierst. Und man kann die Energie in dieser I like this environment a lot! Are you ready?